malzeit freunde willkommen zurück bei fortnight und den albträumen bonus zielen dieses mal kaufe eine schrotflinte bei ash williams dem befindet sich genau da wird uns angezeigt in der nobi hütte da müssen wir mal landen da ist ein npc mit dem quatschen war und dieser verkauft uns dann eine schrotflinte und das schon alles mehr gibt es noch nicht zu sagen aber natürlich zeige euch jetzt noch mal kurz genau wie das aussehen muss und um diesen seine freunde ihr wisst bescheid macht's gut bis zum nächsten mal